Servus, ich bin der Flo vom Crossfit Passup und in diesem Video zeige ich euch den Burpee High Jump. Der Burpee High Jump sieht so aus. Es besteht im Endeffekt aus einem Burpee und einem High Jump. Im High Jump sind die Arme im rechten Windel und die Knie berühren die Hände. Nicht die Hände gehen zu den Knie, sondern die Knie gehen zu den Händen. Ich mache euch einen vor, ich gehe in den Burpee, springe nach vorne und High Jump. Das ist der Burpee High Jump.